so neuer tag neuer stream würde ich sagen da noch ein plan noch gleich so weit muss jetzt noch den rest so ein bisschen hier vorbereiten und so weiter team titel bearbeiten machen wir mal gleich moment will man das mal gleich wie man das anders wie im nummer neun ist heute als die nummer zehn haben wir heute so das ändern wir mal als erstes heute gibt es cod und modern so das haben wir auch wollen wir vielleicht mal auseinanderschreiben so dann haben wir das so wie war euer tag ich persönlich habe schon ein paar pläne wie zukünftig weitergeht weil ich hatte dem ich vor meinen namen zu ändern das wird auch glaube ich so kommen wo steht noch nicht so ganz fest in was wie wo warum ja nicht fragt bleibt um genau ich hab halt vor meinen namen zu ändern einfach aus dem grund ich wollte von dem namen jetzt habe aktuell schon ewig weg ja das denke immer das werde ich auch dann irgendwann demnächst mal nachholen einfach aus dem grund fühle mich damit einfach nicht mehr wohl ich war doof ist es vielleicht auch ist aber die tatsache so der tag ist gestartet wir müssen noch einmal kurz hier aus hier rein ja kevin du bist ne potato ja so heiße ich link kopieren das haben wir so dann machen wir mal noch schnelles bei stories neuer beitrag story kann man die auch quer nehmen ich glaube es wäre besser wenn ich hier so ein boomerwang ding machen würde war dann haben wir hier so ein story wie geht das mit dem boomerwang so wie geht das mit dem boomerwang wie geht das mit dem boomerwang das haben wir fangen wir doch hier mit an nie warte zu langsam fack mal erwerben auch das war noch mal zu langsam okay einmal okay das nehmen wir so das haben wir noch was neues probieren so dann lassen wir uns mal hier noch untersuchen so dann hier so 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 passt ja ne nein fly keine gefangenen passt der wird los hat der da rein gehalten gesehen ja du mich auch ach man geht der wie gut au au ich hab mich beschissen äh beschossen bin ich gerade echt sorry es reicht mir mit dir abschluss bestätigt ja 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 ist das meine vorwiegend ja wir sind bereit feindliche Drohnen über uns und hier zu Boah, ich will einfach nur die Schütze bestellen. Bein Fliegenkanobils an einen gesetzt. Jaaa, was ist denn? Aua, jetzt klingt weh. Die Schütze ausgeschaltet. Die Schütze ausgeschaltet. Die Schütze ausgeschaltet. Hör auf, mich einfach zu beschießen. Hier drüben! Lade nach! 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 ich bin auf deiner seite das ist meine vorräte ich bin auf schießen wir nur Arschlittenwerfer Bewego 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 Hey, das tut gut. Hier ist Falco 3-0, das ist wirklich ein Geraden, das ist ein Geraden, das ist ein Geraden, das ist ein Geraden, das ist ein Geraden. Das ist ein Geraden, das ist ein Geraden, das ist ein Geraden. 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 Wir nehmen Charlie ein. Erobert und verteidigt die Ziele. Charlie gesichert. Feind bei Wärmung. Los! Wir haben hier das Kommando. Der Feind hat Bravo. Feind am Geltengebäude. Bravo wird gesichert. K2, erobert diese Ziele zurück. Bravo gehört voll. Schmerz! 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 Die Heckträcher oder was sind das? Schmerz! 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 Es gibt Sachen in dem Spiel, die muss man nicht verstehen. Ne? Feind im Zentrum! Die Ballen sind in der Hörbe übernommen. Wir haben zwei Ziele. Nimm den dritten ein. Die sind alle echt nur im Schimmel, ne? Der das... Die sind alle. Feind an Geld im Gebäude. Ich bin direkt hinter dir. Feind, der Schuss! Oh, ich hab gerade gesehen. Verbündete Drohne in der Luft. Starte überflucht. Feind am gelben Gebäude. Lande nach! Feind, die Schäden über uns. Wir werden ein C gebraucht. Wir haben den Charly verloren. Feind am gelben Gebäude. Feind am gelben Gebäude. Was ist die Gegend? Zwei Ziele verloren. Macht was! Feind am Gärm rückwärter! Alpha wird gesichert. Alpha gehört uns. Feind bei Bravo. Los! Erste Kanate! Erfeinert Bravo! Erste Kanate! Feindliche Drohnen über uns. Sie haben zwei. Erobert diese Ziele zurück. Lade nach! Charlie wird gesichert. Wir haben die Hälfte geschafft. Macht weiter! C wird gesichert. Charlie gesichert. So, wenn ich schuld bin, dann jetzt dazu. Allihalua lüle. Ja, ich bin in der Hand zu kämpfen, weil es halt hart gemogen ist. B wird gesichert. Sie werden bei Charlie gebaut. Wir halten alle Ziele. Sorg der... Der Feind hat Charlie. Betäubungsgranate eingesetzt. Ja, das war so klar. Ach, Mann, das war so klar. Ich los da rein. Ich versuch. Wir haben B verloren. Verbündete Drohnen über Luft. Starte Überflug. Lade nach! Feindlicher Vitol im Einsatzgebiet. C wird gesichert. Ja, ist richtig. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Okay, okay Das war so schlecht gerade Feindliche Drohne über uns Wir sind bei Charlie, gebt Unterstützung Wir halten Charlie Wir haben Charlie verloren Ziel ausgeschaltet Alpha Da und ist noch einer Schimmelbrotdruck Wir haben Alpha eingenommen Feindliche Drohne Ladde nach Weichliche Vorräte nähern sich Persönliches Radar ist bereit zur Eskorte Bereit für Überflug Aufklärung schicken Verstanden Falcon 3 0 Vergesst die Punkte Kämpft um das, was euch gehört Das wären zwei Wir haben den Feindlicher Marschflugkörper Start Wir verlieren Bravo Aufklärung des ZDF für funk 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 So, wollen wir hier gucken Was kann man noch machen Ja, das war absolut keine gute Runde Also muss man nichts zu sagen Und ja Ist halt Ähm Schlecht Ja 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 Okay. das hat sich schon geändert mal hier mal da mal hier hier auch einflug so 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 ach du kacke Nein, nicht klar. Zieh, Herr Robert. Halte die Ziele. C wird gesichert. Bravo wird gesichert. Erste Bedeugungsgranate. Oh. Oh, irgendein Gegner hat er deswegen. Gehört. Oh, ich habe den Treffer gesehen. Charlie wird gesichert. B wird gesichert. Wir halten Charlie. Wir haben hier das Kommando. Raume gesichert. Da neben. Muss nachladen. Latte nach. Kann man durch die Autos nicht durchschießen? Das Team bei Bravo unterstützt. Ladde nach. Brauche Verstärkung bei Charlie. Das wären zwei. Knapp den Vorteil. Knapp den Vorteil. Halt am Boden. Persönliches Radar ist bereit zu rücken. Vorräte bereit. Wir haben es starten. Wir kommen. Wir brauchen Aufklärung. Zerstattet. 2-3-0 ist auf. Marschflugkörper. Alpha wird gesichert. Werfe Bedeugungsgranate. Hier ist Knapp den Vorteil. Marschflugkörper. Wir haben Alpha eingestanden. Ziele erwischt. Guter Sprenger. Wir haben Alpha eingestanden. Wir haben Alpha eingestanden. Abfluss. Ziel bestätigt. Sie standen. Steckens Kofi bereit zum Abfluss. Feindliche Drohne über uns. Mann, mein Feuerriebe, ihr Pisser. Lade nach. Verbündetes Schildgeschütz eingesetzt. Feind am Trottplatz. Ja, es riech' ich ja wieder abgeschossen. Werfe Bedeugungsgranate. Feind aus der Barackenstadt. Charlie wird gesichert. Feind auf dem Hof. Lade nach. Feind. 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 Wir brauchen Aufklärung. Verbitte Überflug. Verstanden. Wir haben Bravo verloren. Wir brauchen Aufklärung. 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 Wir haben die Hälfte geschafft. Macht weiter. Feind am Schluss. Und raus bist du. Verstanden. Macht was. Vorräte bereit. Vorräte bereit. Marschflugkörper starten. Marschflugkörper starten. Ich hab ihn gehabt gesehen. Mist. Sie markiert. Feuer frei. Hier ist 1.500. Fahrschlugkörper nach. Weiß auf. Großstatt. Ziel erwischt. Ja. Marschflugkörper starten. Aber durch. Das ist nicht drauf. Das ist nicht aufklärung. Wir brauchen Aufklärung. Das ist es nicht drauf. Das ist es nicht drauf. Wir nehmen Bravo ein. Sofenschlag. Wartet auf das. Wir haben Bravo eingekommen. Wir verlieren 10. Wir verlieren 10. Wir verlieren 10. Lass uns auf! Alpha wird gesichert. Feind übernimmt Charlie. Ich habe es gerade gelohnt. Feindliche Drohne. A wird gesichert. Hier ist Falcon 3 0. Persönliches Radar aufgebraucht. Wir nehmen Alpha ein. Wir halten Alpha. Ziel markiert. Feuer frei. 4 Phoenix 3. Verstanden. Feindliche Kontrolle. Wir haben zwei Ziele. Nimm das dritte ein. Werden wir. E Moment ja! Schönen wir. Sonst drehen wir. Ja. Schönen wir. Ja. wir verlieren das die bei bravo unterstützen Ach, Mann. Wir kommen. Brauchen Aufklärung. Sie haben zwei. Erobern die Flüsse entstanden. Nein, Mann. Charlie wird gesichert. Nicht verrückt. Nein. So, Feind ausgestattet. Und raus bist du. Feindliche Drohne über uns. Feind aus den Fraschcontainern. Nein, nein. Weg, wir! Feindliche Radar im Bereich für die Sphonse. Verstattet. Falcon 30. Feindliche Feindliche Radar Drohne über uns. Man, wie viel weiß er, dass ich hab nicht. Feindliche Vorred. Verwündete Drohne in der Luft. Starte über uns. Nein, nein, nein. Nein, nein. Charly wird gesichert Beweich ist der hinteren Gang Das Ziel bei Alpha unterstützen Diese Positionen angreifen, wir fallen zurück Wir nehmen Charly ein Charly gehört uns Wenn wir den Opfer nehmen, muss ich den richtigen Essen nicht gut Geht es Pferd zu dreißig Weiß die Vorredner der Sicht Ach! Verwündete Konterdrohne aktiv Nein, 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 nein Ich brauche Verstärkung bei Törn Halt die Räder Die Räder Praxis ist ein bisschen gut Weiß an der Saraken Verwündete Masken verkörpert Sie haben zwei Erobert diese Ziele zurück Die sind bei Alpha Geht Unterstützung Wie wird das denn nicht? Geht Unterstützung Das selber ist ein bisschen zauertig Das Ziel ist verloren Ich hab mir nichts bei dem Dach Was wir da reingeschrieben Du war jetzt da Ein bisschen Hyped Weil Mehr Erstmal Erstmal eine Abwechslung Ja, ist mir aber auch egal Wenn er der Meinung ist Da irgendwo so ein Bullshit reinschreiben zu müssen Soll er es machen Domi hat jetzt erst zuerst angefangen Und das hat auch gesagt Er hat auch die Schnauze voll Er macht jetzt auch nichts mehr Und Ich find's einfach nur lächerlich Dass er wieder sagt Als ob er der einzige ist Der das macht Und dann andere Leute Wie 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 Max Oder wie Die Enrico Außen vor lässt Ja Das fand ich auch Das ist das Was mich immer bei ihm ankommt Er tut Als ob er jetzt allein stehen Der was machen würde Das heißt nicht Das heißt nicht dass ich ihm nicht dankbar bin Dafür dass er das macht Für uns Ne Ja Ein bisschen überlegen muss er vorher aber auch Ja Ich sag dazu nichts Ja Ich sag dazu nichts Mir braucht keiner mehr kommen damit dass in der Crew sehr viel Unmut drin ist Ich hab kein Wunder so wie sich alle untereinander verhalten Ich mach jetzt nicht mal gegen dich oder sowas Alles gut Sooo Ich weck's dir mal da mal zu Warzone Ne wie gesagt ich hab das heute bei electrics gesehen dass sie das angekündigt hat mit der neuen Sorte Also nicht direkt noch nicht angekündigt aber Er hat's quasi Geteased Ich hab ja Ich hab ja nicht grad selber geguckt Aber halt Da haben sie ein Video Da haben sie ein Video reingepostet Gerade eben oder was? Hm Vor ein paar Stunden Es ist drin auf jeden Fall Okay Übrigens ich bin jetzt in Wormung gewechselt Du kannst beitreten wenn du willst Ich werde mich relacionieren Und ich werde mich freuen Ich werde mich wiederfinden Und ich werde dich freuen Ich werde mich einfach mal Okay. Hallo, ich sehe gerade das Video von vor 5 Stunden, ja. Das habe ich gar nicht gesehen. Ja, aber gut, das darf ich mich halt davon inspirieren, was halt so andere mixen, was sie da alles immer so schreiben. Aber ist ja auch nicht verkehrt. Also auf jeden Fall wird die Decke schon zweimal, zweimal gekauft in der Sache wenig. Ich muss gucken, je nachdem wieviel Geld ich habe, werde ich wahrscheinlich, äh, ähm, die Green, äh, äh, Triple Red, Triple Green holen, Black und einmal Jungle Juice. Mal gucken. Ich denke auf jeden Fall wird auf jeden Fall zweimal die Black Edition holen, zweimal und... Ja, ich habe die Black Edition einmal schon hier, deswegen. Ich denke mal die Rose sehr schnell ausverkauft sein. Äh, was soll die? Scheiße, jetzt. Was denn? Ich habe mir 2400 Points gekauft. Ne? Ja. Und... Es ist... Das Geld ist, äh, abgezogen, aber ich habe noch keine Points drauf, was soll das denn jetzt? Oh, da war fast, da bin ich überfragt mit. Kann nur sehen, dass es manchmal ein bisschen länger dauert. Oh, das ist gar nicht Minit Level 1. Mal neu starten? Ja, ich warte, ich will es dir nicht mehr starten. Ah, die Mischung Black Galaxy und, ähm, Nuklearschmidt gar nicht mal so schlecht. Ich habe das ja selber gemixt. Ja, ne? Immer gut, Pinke. Du, ich stimme immer ganz groß. Ich stimme immer ganz groß. Ich stimme immer ganz groß, ja. Weil du, 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 du. Du, 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 du Untertitelung. BR 2018 Es hat die Party verlassen. Unglaublich. Kann sein, dass du selber überfordert sind, oder? Keine Ahnung. Ich habe keine Probleme. It is what it is. Nee. Oder was sagst du, Philippe? Hm. Der ist ja nicht begeistert. Wie war das nochmal bei der AUG? War das 19,6? Guck einfach in die Bücher rein. Kannst du dir so nicht sagen. Ja, ist auf Englisch. Eigentlich ist es auch nicht das gelbe von mir. Aber bei mir. Was willst du? He is not the yellow from the egg. Die Milch ist auch gut. Keine große Hilfe. Ich weiß nicht, ob es so angeht. Hm. Ich glaube schon. Wasハ Shaw. Also. War's direkt. invested in den rüben werden. War's direkt. also wenn du suchen willst du einfach bescheid ne? trete ich dir wieder bei bin noch nicht ich bin dir beigetreten ich bin in dich eingetreten Schwammtrip Rückstöße du Schmutz ich freu mich noch morgen morgen gehts los mit Falken & the Winter Soldier was ist denn das? was ist denn das? ne Serie? ne Marvel Serie was ist denn das? sag mir nix sag mir nix dann solltest du dich mal weiterbilden Bildungslücke Marvel Content ähm nö 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 ach ja wo du was enden warte mal öh warte mal warte mal ich muss erstmal Gesamtes Audi ich hab hier ja drauf gemacht ich stünde immer ganz kurz äh hattest du schon das gemacht was du dir gebrochen preisest möchtest du mit Audio geklappert? ja aber ich hab da noch keinen so ne richtigen Feedback zusammen bekommen Ich kann es dir nicht sagen, ob es besser oder schlechter ist. Ja, ich probiere es mal aus. Eingestellt habe ich es, aber ich kann dir dazu echt nichts sagen. Bis zum nächsten Mal. So, das haben wir, das haben wir, das haben wir, das haben wir. Oh, was haben wir nicht schönes. So, bin soweit. Ich bin bei dir beigetreten, ne? Denk dran. Ja, ich sehe das schon selber. Alles gut. Entspannend. Bin total entspannt. Sag mir, ich soll mich nicht entspannen. Entspannen. Entspannen sie sich. Jetzt geht es erstmal los hier. Und was machen wir mit meinem Flotten Zweier hier? Wie will ich das überhaupt? Was denn? Was du gerade gesagt hast. Mit Flotten Zweier? Was? 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 Ja, wir müssen die das Spiel jetzt supporten. Was? Bis bei Facebook oder bis es hier in Ziktok rum geht? Obt ihr das Spiel zu porten? Gibt es doch selber nicht. Events jetzt gehen. Abwarten und Tee trinken. Habt ihr eh nicht an und übel? Genau. Abwarten und er bleibt trinken und nicht Tee trinken. Was kommt noch dazu? Lass ab! Wie wärs mit ein paar Zielübungen? Der Einsatz geht bald los. Das heißt, er hat sich. Der Feind nähert sich. Gut, das war genug vorgeplänkelt. Jetzt wird das ernst. Jetzt ist es Hospitall. Vom Schösel ist es... Das ist eine Runde. Das ist eine Runde. Eieieiei. Wir wollen die Runde rein. Runde rein. Wähle einen Einstiegspunkt für dein Team, Soldat. Gas nähert sich deiner Position. Begib dich in die Sicherheitszone. Wo wir hin? Mega, ein Chatbuch. Ey, ohne Scheiß, ne? Ich hab jetzt die ersten Runden in HBL zum Roller, kann man so ein bisschen, äh, Model Roller zum Roller spielen, ne? Ey, weil sich da zusammen mit Kempfabion kannst du dir erzählen. Schwimmen, ne? Ja, ich hab ihn mit. Ja, ich hab ihn mit. Ja, ich hab ihn mit. Ich hab ihn mit. Scheiße, nähert sich. Gut! Bauche dich? Geh mal, nee. Sau, nee. Warst du hier schon oben? Ich war schon oben, ja. Komisch, warum finde ich dann immer Sachen, wenn du schon da warst? Ich finde hier Geld, ich finde hier Waffen. Hier ist deine Primärgranate! Das brauche ich nicht. Bessert. Entweder lootest du falsch, oder ihr könnt planen, wie das funktioniert. Das ist ja gut für uns. Unglaublich. Sturmgewehr lokalisiert. Sturmgewehr lokalisiert. Zu diesem Fahrzeug vorrücken. Marken, ihr Sammelpunkt. Okay, ich habe eine Munitionsbisse gefunden. Hebe die auf. Hab ich? Oder so. Kalt. Kalt. Ist das eine Munitionsbisse? Kalt. Juck, ich komme. Du bist schon wieder am Arsch der Welt von mir. Wenn du jetzt angegriffen bist, kann ich dir nicht helfen. Ja. Du hier. Aber wir müssen uns aber ein bisschen trennen. Wenn wir beide gleich auf einer auf dem Tor sind, weiß ich das nicht. Ja, aber wir müssen sie auch nicht 300 Meter, sondern entfernen. Präzisionsschlag. Präzisionsschlag. Wo war jetzt die Nummer hier drinnen, ne? Ja. Was auf dem Dach hier? Ich bin, ich bin, ich bin da gerade drauf. ausrüstung markiert mit der munition die man die panzerplatten ausrüstung markiert und ich nehme die speziale dinge mit so ich muss noch uns gucken irgendetwas wesen hat mir gerade geschrieben so muss man kurz gucken wer mir geschrieben Mörder? Bist du rum? Nimm hier mal diese Feld-Aufrüstung! Wollen wir jemand droppen? Da ist noch eine Kiste in dem Gebäude. Ich geh in die Richtung! Achso? Ja. Mhm. Ich geh hier in den Gebäude rein. Ich geh in die Richtung! Ich geh hier rein. Setze weg, Punkt! Ah, da, 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 da! Oh! Ah, nee, kann ich nicht mitnehmen. Hier war ja gelootet, ne? Ich geh in die Richtung! Okay. Hier ist noch eine Kiste. Weg, Punkt! Markiert! Beweckung! Und da bin ich ja gerade gekommen! Ach, da, noch nicht. Da ist aber die Tür offen! Ich geh in die Richtung! Komm mal bitte mit zu den gelben Markierungen. Ich weiß nicht, ob da jemand drin ist oder nicht. Ich hab keinen Bock mich da alleine eins da rein zu prügeln. Hier ist ja noch eine Kiste drin, in dem Haus, wo ich, wo ich verkehrt hab glaub. Ja, also entweder die hier drin waren, haben nur sporadisch gelotet und sind gleich wieder weiter. Hier ist nämlich auch gelotet. Schotflinte markiert! Oh, die waren so vollgefuckt, dass wir sie nicht mitgenommen haben. Ja, aber die Kiste ist oben auf dem Dach. Die sind hier auf dem Dach, die sind wieder an der zweiten Etage. Aber du kommst doch nicht zur zweiten Etage, ist das Problem. Kommst du nicht? Philipp, wir müssen langsam, ne? Die Zone kommt. Ja. Händler Markier. Wie gesagt, ich darf lang laufen Richtung Hils. Und gleich den Dings mitnehmen. Selbst nach vorn. Hm. Ah, ich hasse es. Jetzt hier schon wieder so ein bisschen Zeitdruck zu haben auf der Stücke hier. Weil ich kann's ja nicht in Ruhe links looten. Rechts ist genauso scheiße. Weintliche Drohne über uns! So ist echt schnell, ne? Ich bin auch immer am folgenden. Wir gucken, dass wir bei den Dings gehen sind. Kaufen sofort den Nut. Droppen den sofort. Holen unsere Klassen und rennen weiter. Bis zur Unendlichkeit und viel, viel weiter. Aber ohne Scheiß, ich bin echt überlegen, den Namen umzunennen, ne? Sagen bitte den Namen nicht ordentlich nennen, aber ich bin trotzdem nicht am überlegen, ne? Auf mal und schmeiß mal direkt. Der Munition ist nicht wieder weg. Philipp, von hinten. Wir gehen die Richtung. Aus der Zone, du hast doch auf die rote Maschine gesehen. Von da. Was? Ich versteh das nicht, ne? Die sind immer, die sind, die sind in der Totes-Zone und trotzdem haben die nicht Spaß zu tun als zu töten. Was? Die sind in der Totes-Zone und da ist niemand in der Zone drin, ne? Und haben nichts Spaß zu tun als zu töten, weißt du? Weil die, die fehlen ja genau gefetzt halt. Wenn du hier gewinnst, geht's zurück an die Front. Verlierst du, ist dein Kampf vorbei. Zeit, deine Freiheit zu verdienen, Soldaten. Das links von dir. Ja, wir machen Schrecken, Rude. Wir schicken dich zurück zur Basis. Ich höre. Hast du einen Kampf genug, da hast du mit deiner Befreiung bezahlt? Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Was ist das denn? Schuld selber. Battle Royale. Wähle einen Einstiegspunkt für dein Teamsoldat. Achtung, das Gas breitet sich aus. Zur Sicherheitszone gehen. Der Feind näher in sich. Dein Prämärziel ist, dass sie alle zu töten. Ich hab sowas schon überhaupt stellenweise. Da bin ich echt nicht normal. Kilo bei mir. Philipp, wo ist er manchmal? Von mir. Ja, wo ist es bei dir? Wow, das waren zwei Leute. Ja, wenn man nicht schießen kann, sollte man warten, ne? Ja. Wenn du hier gewinnst, geht's zurück an die Front. Verlierst du, ist dein Kampf vorbei. Zeit, deine Freiheit zu verdienen, Soldat. Ich hab so viel, ich hab ihn gesehen und zuerst geforsten und ich fall rum. Hat dein Team genug Geld, kann es für deine Befreiung bezahlen. Geh in den Karten. Ey, 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 ey. Was haben wir heute mit den goldenen Küsten, oder? Ist schon die dritte, oder? Shooter Oh, wie wir sehen, sehen wir nichts, ne? Danke Das Gas breitet sich aus Ich kann mal polizei kontrollieren, um Munition zu saluten Ja Ich weiß nicht, was ist das? Ich weiß nicht, was ist das? Auf dem Dach, ne? Mhm Gehen wir doch mal mit, ne Kampfflinte Ähm, warst du schon da unten im Shop, oder? Ja Ich weiß nicht mehr unten im Shop, ja, ja Lass uns mal Richtung Zone, Straße runterlaufen Hm Also Unterwegs Habank Er ist gelootet Er ist gelootet Er ist gelootet Er ist gelootet Und die die gebäude sitzt nicht zu zweit drinnen haben nur darauf gewartet es kann weiter aber lassen Sie haben schon mal rot ... ... ... ... ... ... horrible Ich weiß nicht, irgendwie macht das aktuell war und echt immer weniger Spaß, ne? Wer kommt denn da? Nichts gekrochen. Dicker? Meine glänzige Knutskugel. Wir haben verloren, aber beim nächsten Mal kehren wir starker zurück. Ich will ja nicht sagen, eigentlich ist der Besserweg zur Besserung, aber eigentlich ist der Besserweg zur Besserung. Ich bin so ein Vollbuster, das bin ich, ne? Wieso? Ich hab nicht geachtet, was passiert ist. Ich bin so ein Idiot. Nee, ich hab keinen Bock mehr gleich. Oh, blöd. Warum renne ich dahin, wo die Gegner sind? Ja, das frage ich mich. So, guck, ob die noch da sind, die Vollbotten. Da frage ich mich öfters, ob er so manche Sachen macht. Oh, Mann. Erstmal, 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 mehr Talk, Philipp, ne? Jetzt ohne Flame, ohne Hate, bitte nicht daran denken, ne? Ich frage mich bei solchen Sachen, warum machst du das denn mal wieder? Also, ich meine, es gibt Leute, die machen Fehler immer wieder, ne? Also, so, zweit ist mein Fehler am Gucken, ob der Fehler wirklich fehlerhaft ist. Aber du bist ja in der Richtung so, du machst den Fehler, du kontrollierst, ob der Fehler der wirklich ein Fehler war, dann kontrollierst du, ob die Kontrolle des Fehlers ein Fehler war, und so weiter und so fort. Also, vom Prinzip machst du den gleichen Fehler. Immer, 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 immer wieder. Ja. Und geführt? Ich verstehe nicht, warum. Also, es ist so, wie gesagt, kein Flame, kein Hate, kein Hate, aber auch nicht, manchmal, manchmal, manchmal auch ein bisschen Doing-Affk und sowas, ne? Das wurde einfach nur interessiert. Was soll, was soll ich dazu sagen? Ist das Unkonzentriertheit, oder? Äh, kein Bock, oder? Ich weiß es nicht, ich würde einfach nur... Du hast recht, durch die Einstellung vom Sound her, ich höre schon eher Schritte jetzt, so. Der Feind, der hört sich! Durch die Sound-Einstellung, woher ich mehr Schritte... Schluss mit den Spielchen! Es geht ins Kriegsgebiet! Oh, Philipp! Ist das nötig? Oh, jetzt ist mal noch der Kimmelkreis. Ja, dann müssen wir ja damit ausgucken. Ja! Battle Royale! Wähle einen Einstiegspunkt für dein Team-Soldat! Das ist unsere Zielabschung, vorne! Lass näher sich deine Position! Begib dich in die Sicherheitszone! Das ist unsere Zielabschung, vorne! Das ist unsere Zielabschung, vorne! Das ist unsere Zielabschung, vorne! Unterwegs! Hab ein Ziel markiert! Ignoriert das! Nein! Wir gehen aber alle auf, ne? Angriffsfreigabe für alle Ziele! Du bist runter! Ich bin auf dem Dach gelandet! Ich bin auf dem Dach gelandet! Aber ich bin auf dem Dach gelandet! Angriffsfreigabe für alle Ziele! Philipp, ich bin gleich bei dir. Philipp, ich bin bei dir. Philipp, ich weiß nicht, ob sie es wussten, aber ich bin jetzt bei dir, ne? Ja! Philipp? Ich bin gleich nicht mehr bei dir. Ich krieg hier gar nichts ab, oder was? Oh doch, ne Kiste gefunden. Bitte? Oh genau, Ziel! Der über uns? Der ist über uns, verlippt. Dann gehen wir weiter, wir machen die Tür nicht auf, wir gehen hier rein. Gucken, dass wir da reinkommen ohne Tür zu öffnen. Feindliche Drohne, feindliche Drohne über uns! Das Gas kommt! Wo sind denn die? Wir sind drin, in einem Gebäude. Ja, die sind auf dem Dach hier. Feindliche Drohne über uns! Da ist eine Leiche. Hier oben sind auch, ähm, Panzerplatten, ne? Wo, 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 wo? Da bewegt sich was! Unser Team ist in der Sicherheitszone! Ich geh' grad'ne Tür zu. Ich weiß nicht, wo du schießt, alter. Er wird geschossen. Ich weiß auch, irgendein, ich hab mich verlaufen, ich weiß nicht, wo ich bin. Ich bin der hier unten langtrampelt, ne? Ich hab' mich verlaufen, ich hab' so grad'n irgendwie zu dir zu kommen. Sind noch Panzerplatten? Panzerung hier! Panzerung hier! Ausrüstung markier! Panzerung hier! Bist du das? Ja, denk' ich mal. Also die Schüsse kamen auf jeden Fall aus der Richtung, wo, wo ich beschossen worden bin. Wie viele Platten hast denn du? Fünf. Ah, du hast auch noch fünf, okay. Natürlich, du hast verloren. Gib mir mal kurz die Minute, deck mich mal kurz, ich muss kurz was machen. Glockt. F***! Alter, Alter! Alter, Alter! Ich bin eliminiert. Ich muss definitiv mit Platten nachladen. Ja. Ich hab' mir Platten geholt. Ich platziere Panzerabwehrmine! Wir waren Tür... Wir sind Tür offen. Ich bin für den Nitro. Ich habe entscheidende und durch amino Youngbin schon bewusst. Ich bin es für meinen Protestverнаком. Und ich kann es euch nicht überchnoot ein Rasools zusammen coral machen. Leitig machen, das viele Hawai-iciency hier! Störer-Bildern aber auch etwas animatedatschutmer, Hast du den anderen gelootet gehabt? Ja Falls noch Fadden sind, Baus, hier sind noch welche, ne? Ich hab 8 Stück Feinde landen im Einsatzgebiet Die Dachen landen wahrscheinlich auf dem Dach, ne? Verbündete Ausrüstungslieferung unterwegs Wollande sind die Vorräte markiert Lass mal da hinlaufen, ich brauche ohne die E Das Gas kommt leer, neue Sicherheitszone wird markiert Ey, ist aber nur eine Kiste, ne? Ne, sind zwei Schriemen Zwei Kisten, die stehen direkt übereinander Die sind auf dem Dach oben Okay, dann bleibt man, komm mal mit Hier müsste, glaub ich, eine Seilrutscher sein Ach, ich doch Ich hab so gut geschlafen Aua, aua, aua Aua Ich sehe hier oben gar keinen, ne? In jeden Fall waren, die waren hier oben da Oder Schüsse waren hier oben da zu sehen, auf jeden Fall Vielleicht auf der zweiten Etappe, ne, der zweiten Reihe vielleicht? Die waren hier eben auf der zweiten Ebene Ne, nicht auf der dritten Ebene, ich meine, dass die auf der zweiten Ebene waren Gibt dann die Zwischenebene hier Also wenn du willst, kannst du deine Vorräte holen, ne? Ich cover dich Das Gas breitet sich aus So, ich hab meine So, ich hab meine Wo wollen wir hin jetzt? Bleiben hier, wir gehen wieder hoch aufs Dach Guck mal, wir haben eigentlich nicht eine gute Drohne hier Ja, noch können wir hier zusammen ein bisschen rumgammeln Feindliche Drohne über uns Wow, Arschloch Ich hab' den Ghost, ne? Nur bei Denkpunkt Ich hab' den Ghost, ne? Ich hab' den Ghost, ne? Ich hab' den Ghost, ne? Hast du was gesehen? Nee, ich hab' den Ghost Nee, ich hab' den Ghost Ich hab' den Ghost Ich hab' den Ghost Das ist der Mittelpunkt der Zone, die ich markiert hab' Ich hab' den Ghost Ich hab' den Ghost Ich hab' den Ghost Irgendwo Da Bin ich der Meinung Hast du's gesehen? Oder? Hm, die laufen hier unten Ich bin ein bisschen weiter weg von dir Ich bin ein bisschen weg von dir weg von dir weg von dir weg von wer beweckt sich was Eine ist Lock äh.. ähh... ist... 1 k.o. Der kommt zu mir Ich komm zu dir Ok, der Typ ist verrückt. Da ist er. Da oben, wo oben? Jupp, der ist auf dem Dach. Aktivität! Weiter. Hier ist nur einer. Aktivität! Schon unterwegs. Versuche nur zu markieren, wo er ist. Muss dahin. Muss ich mir überschossen? Ja. Ziel, gleich da vorn! Das Gas verbreitet sich! Schnell in die neue Sicherheitszone! Ja, wir sind schon wohl. Ich wurde wirklich gut erschossen. Ich würde vermuten, hier vom Dach hier aus. Unterwegs! Oh! Wo? Ich weiß es nicht. Feindlichter Manöver! Ich werde getroffen! Ich werde getroffen! Wir müssen aber trotzdem weiter, wegen Zone und sowas. Wir haben den Nachteil aktuell. Wir müssen langsam weiter wie in der Zone. Wir haben den Nachteil aktuell. Ich höre jemanden bei mir. Das Gas nähert sich dir! Das Gas nähert sich dir! Der muss, glaube ich, hier drinnen, hier drinnen, hier drinnen sein. Wir haben ein großes Kaliber hier! In dem Treppenaufgang. Wir sollten zur Sicherheitszone! Unterwegs! Okay, ich habe zwei! Auf meinen Takt Dings! Einer ist halt über mir! Über mir! Oder unter mir! Über dir höchstens! Wir müssen zwei über uns sein! Rücke vor! Ich weiß auch, dass wir markieren, wo er ist. Das schiebe ich mir mit. Komm! Wir tun gleich. Mal gucken, ob die da irgendwas zu looten hatten. Die hatten gar nichts. Die sind bei mir. Oben auf dem Dach. Jupp. Neue Position. Hab ein Ziel markiert. Gott. So, rüttel dich auf. Boden. Mein feindliches Team! Jackle! Kommt auf! Schockiert! Ein Fiff, ein Fiff, ein Fiff! Ich verstehe nicht, warum hast du die nicht gesehen? Was! Mit was hast du mit was hat er geschossen? Jani, ist klar, mit der Pistole aufm Kopf schossen. Ja, jetzt kann ich mal ins Maul holen sehen, Alter. Das ist ein Stück Scheiße, Alter. Och Mann, ey. Mann, das blieb alles wunderbar gerade. So schön, ey. Wenn du hier gewinnst, gehst du zurück an die Front. Verlierst du, ist dein Kampf vorbei. Ja, ich hab nur den Weg. Du bist dran, Soldat. Zeig diese Mistkarte oder Hammer. Wann bin ich das wieder? Wann bin ich das wieder schuld? Nee, bist du ja nicht. Ich sag ja nur, dass ich gerade gesagt habe, dass du dir vor uns ist der. Ich hatte ihn sogar markiert, die Stelle. Und du guckst in eine ganz andere Richtung. Was will ich so sagen? Ich wollte kein Hate-Crime. Aus Gottes Willen. Teammitglied wurde für erneuten Einsatz freigegeben. Geh mal hin. Was tun eigentlich? Nee, ich komm wieder. Ich muss erst mal warten. Wollen wir hier so reingehen? Nee, kommt der gleiche Gegner maskiert. Dann geht's hier rein. Gehen wir auch Gegner. Was kommt denn die alle auf den Dörern? Gar nicht, du fasst auf ein Auto oder was? Ja, wow, ich verpasse das Dach. Ey, echt jetzt. Wille, du musst mich bitte holen. Dieser Team ist in der Sicherheitszone. Ich hab das nicht, weil ich auf mich wird geschaffen. Du kannst doch hier runterjumpen. Ich stehe direkt hinter der Ecke. Oh, ich weiß es. Los, komm, die Beine. Irgendwann wir ins Haus drehen und hoffen, dass irgendwas gut geht. Viele Brenner, bitte nicht. Darum wird nicht reinkommen, du renst. Die Feuern aus allen Rohren auf mich. Ich glaube, ich komme auch rüber. Lass dich mal looten. Feindliche Drohne über uns. Dann nur auf dem Dach sind noch welche, ne? Wo wir vor dem Gebäude, wo wir jetzt stehen. Ja, ich weiß. Ich hab's nicht mehr geboten, okay. In die Tasche mit. Das Gas verbreitet sich. Schnell in die neue Sicherheitszone. Der wird nicht mehr. Das ist echt nicht was. Ich hab's noch gebeten. Genau, hier ist eine Gasmaske nicht mehr. Ich hab alles. Feinde landen im Einsatzgebiet. Du erhältst deine Ausrüstungslieferung. Ich hab schon mal gefragt. Ach, du Scheiße. Ist das Geistung? Ja, nein. Ja, wirklich. Ich platziere Panzerabwehrmine. Platziere Panzerabwehrmine. Da sind wir da hoch. Na, da sind, da sitzen welche. Das ist. Da uns kommt niemand. Die hat dann so. Der hat eine Mino ausgelöst. Verlierst an Boden. Aktivität. Aktivität. Unser Team ist in der Sicherheitszone. Ich will bloß eine andere Posi haben. Für die Leute, für die BN wieder kommen. Schlaf, wir Geiste holen. Ja. Ziel, gleich erfahren. Keines K.O. Drücke vor. Boah, was? Von wo? Hinter mir. Der war auf dem Dach oben. Nee, der war unten. Der sind aber schon. Nee, der war oben dran. Ja, die mussten halt so gehen. Wir hatten da noch viele Möglichkeiten, ne? Es ist aber auch echt an, Laki, dass diese Kisten auf dem Dach landen können, ne? Ist noch 25 übrig. Gute Arbeit bisher. Guck mir mal an jetzt. Willst du dir das Elend angucken? Ja, schlissen was wir machen. Guck. Ich wollte oben auf dem Dach raus. Ja, aber wenn da oben welche sind. Ich wollte erst. Aber ich hab mir gedacht, nee. Komm. Das ist so gemein, bist du, Alter. Du Scheiße, Alter. Wieso was denn? Wir gucken nur zu. Äh, warte mal. Ich bin bei jemand anderen, den ich zuschauer. Ich kann doch nicht wechseln, oder? Ich kann nicht den Spieler wechseln. Ja, eins. Nee, ich kann doch den einen zuschauen, hier. Ich muss einen Squat zugucken, oder was? Nee, eigentlich nicht. Erst die Wind ist geladen. Die haben 18.000, Alter. Die sind jetzt dauernd. Die sind jetzt dauernd. Guck doch unten links, da steht der Name. Ja, ich hab jetzt grad den... Das steht ja dauernd. Also guck ich, äh, wen Big, äh, Batman. Big, äh, Big Batman. Ich kann nicht, ich kann vielleicht nicht getrunken. Bei meiner heißt, äh... What? Fuckin Latz... ...Light, so irgendwie sowas. ...lbull Lull ... ...lull ... ...lull ... ...lull ... Was ist passiert? So, jetzt mach ich mir noch eine schnelle Klasse, vielleicht. Warte mal. Ba 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 ba. Da 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 da. Da 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 Ähm, ähm, so, da... Wie ist denn jetzt die Abstimmung eigentlich? Ach komm, die wechseln doch jetzt nicht wirklich. Was meinst du jetzt? Die wechseln jetzt nicht wirklich noch die Strecke. Was denn? Äh, warum, die stimmen jetzt für den Streckenwechsel. Ja. Wissen Sie, die nächste wird besser? Lass dich überraschen. Hm, gib dir doch mein Lass dich überraschen. Lass dich überraschen. Ich überrasche dir ins Gesicht, Junge. Alter, ins Maul, Alter, was bist du für eine Tür... Alter, komm, lass mich... Gib dir gleich rum, lass mich, Alter. Rappelt gleich im Karton, Fräulein. Es rappelt im Karton, dong, dingadong. Ach, Kevin, was ist denn los mit dir, hm? Was ist denn jetzt halt, oder was? Die Lechmata haben sich das Gesicht, Alter. Pff, ha! Ach, der, ach, der zieht doch auf, Mann. Lass mich doch in Ruhe, ey. Mö, mit dir. Kuck, wö, mitt. Kuck, wö, mitt. Tökek, wö, mitt. Dada, da, 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 da. aber wenn wir gerade bei sind ich bin jetzt mit einer verschluckt du arschloch auch mal mit der rostung bearbeiten so das lassen wir sie hier ich komme mit der aug einfach nicht hoch noch vom leben her er gibt es ja auch ein scheiß glitscher was heißt die scheiß glitscher wie es gesagt worden ist die glitscher spiel zombie modus spiel 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 ein paar runden maximal drückst du ein so n so n so n hier und dann ist es gut was denn los mit dir ich bin jetzt die mode wir sollten uns haben die mode spiel ohne cold war ach so stimmt ja stimmt ja guck mal ich habe eine stunde sechsmal habe ich cool rüber gedeihe cool rüber gedeihe cool rüber gedeihe doppel wochen lp achtmal 15 minuten achtmal cool rüber gedeihe eine stunde dreimal 45 minuten doppel lp viermal cool rüber gedeihe also ich könnte ja mal richtig zocken auf jeden fall cool rüber gedeihe mal ein bisschen zombie modus zocken auf jeden fall was läuft denn läuft wie geschmiert ein bisschen geölt und gefettet cool rüber gedeihe der raucht am arsch alter du bist fertig dann ja ich warte auf dich du kohl rüber du gedeihe warte mal ich muss mal ein warte mal entspann dich kurz mal meine fresse immer gleich mit dir da will man eine runde spielen und du die ganze Zeit nur warte mal hier warte mal da warte mal überall entspann dich doch mal dann kann doch nicht immer gleich nur am warten ist man mit dir was ist los mit dir natürlich voll rein knallers ach jetzt hälter auf man jawohl und remi demi junge ach jetzt hälter auf mensch ich hör mal uff jetzt spann dich jubiak 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 snow runner wos jubiak Meine Mutter, Alter. Was denn? Snowrunner hat schon wieder... Was ist mit Domi hat jemand hinzugefügt? Domi hat schon... hat ein Kill You Hunter hinzugefügt. Wo? Kill You Hunter hat Mr. Cookie hinzugefügt. Wo denn? Bei Clan Fight! Clan Fight and France Party! Dann sag es doch gleich! Wieso? Wieso? Mein Kater hat auch Sare Docklei. Ne, Dicker? Ja. Ein Spieler, der Gubber, der einen Teilgestell, Kill You Hunter. Was ist denn das, Dicker? Schon einer von den neuen, äh, frischen Spielen. Oh. Auch kein Schwein, danke, dass ich die neuen Alleranz schaffe. Ja, das... Das... Das ist ein Geben und ein Neben. Ich meine, ich will nicht flämen oder ich will jetzt auch nicht für gut heißen oder sonst irgendwas. Ist aber auch so eine Sache. Ich bin der Einzelne, der Wärmung macht. 90%. Tja. Du, Kevin, was soll ich dazu sagen? Deswegen, also von der Hände, ich brauche bei mir Gas gar nichts mehr sagen. Ähm. 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 Du, Kevin, ich brauche. Du bist der Bandschiff. Du bist der Bandschiff. Ich brauche im Knochen. Wir holen aber nichts mehr. Wie es ist der Bandschiff schon denn? ich bin jetzt hier alle hier voll schreien ganz ehrlich wenn ich hier ein bisschen berühmter wäre damit zu streamen wir bauen eine katzencam nur für euch bedel kriegt ihr auf den kopf geschneid so eine wlan cam auf den kopf geschneid dann rennt ihr dann zusammen durch die gegend free content auch der kohls gut jetzt kommt dass wir noch so weiterspielen mein fuß ist mein das ist auch für dich komatiös aua ey lass los mein fuß aua ey kolle es schaffst du heulen da jetzt mit der katze es gibt keine heutige heulen aber hör auf zu sterben hier der fein springt über dem gebiet ab auf den himmel ab darf er es also ruhig sein mit dir hey dicker mein fuß aua ey jetzt hörst du mal auf hier ne 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 schweiß den kater noch mal raus halt den maul auf dem kater in ruhe jetzt wird das ernst guck mal hab's junge pack ihn so lange auf den balkon oder so ey schmeiß die den mal auf den nicht vorhandenen balkon das hat meine katze in der rohe zuhren in der einzelne ist das ey dicker mein fuß komm abfahrt komm weg hier weg da meine hüse storm bewegung abfahrt b das nach brav Das Gas meinten! Schnell in die Sicherheitszone! Lass mich in Ruhe! Wie, jetzt soll ich doch dich in Ruhe lassen oder was? Ah, wer steht hier am Maiskonten? Du oder ich? Du verreichst ja die ganze Zeit immer so halb. Ja, du schnittst aber zuerst, wie? Du bist dauerhaft tot. Nein! Fisch! Nein! Weil wir immer noch nicht markiert, wo wir hinwollen. Geht doch nö, sag nur... Das ist doch ernst an mir. Ja, das ist doch ernst an! Nimm jetzt schon wieder den schirmenden Farmland, Alter! Bring in die Olga! Fahne den schirmenden Farmland, Junge! Sitze weg, Bum! Angriffsfreigabe für alle Ziele! Der Fall springt über dem Gebiet ab. Auf den Himmel achten! Du hast ja mal einen Kittenwerfer! Du hast ja schon die erste Tonne verkehrt, die Werfer! Hab mich zwar halb 6 gekippt dabei, aber schau's dir herz! Du hast ja noch einen Kittenwerfer abgeschossen. Du hast ja noch einen Kittenwerfer abgeschossen, ne? Aber wenn ich halt nix anderes finde, äh, muss ich halt Raketenwerfer nehmen, ne? Teil doch mal, ruhig jetzt bitte! Hallo, ich streame wieder rein, ruhig sein! Bleib doch ruhig jetzt bitte! Danke! So! Feinde landen im Einsatzgebiet! Oh, er hat dich freigeschaffen! Ne! Ne! Die Runden sein! Da! Ziele. Ich habe alles gelöscht. Was ist mit dir? Ich habe alles gelöscht. Das ist mit mir. Eine Maschine, Alter! Ich geh, Junge, laden mach, Junge, 300 Schuss Geweck meine Loot Oh, 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 oh Lepp, weg den Arsch Wo und wo, kam der Deklar, wo ist die kleine Muschie? Was nachladen? Muschie, was bist du? Muschie, Muschie Komm, da ist immer ein Gebäude drinnen Ja? Die Feuern aus allen Fahren, Armin! Der Kalt! Der Kalt! Der Kalt! Der Kalt! Ich hab hier, glaub ich, nen Leichensack verursacht Paar Tote Ausrüstung lockiert Ja, weil ich kann nix dafür, wenn ich den ganzen Squad rausziehe Nieder mir Muss auch sagen, ich hab echt Positioning-Luck gehabt Gut, dass du gekommen bist Sturmgewehr lokalisieren Ähm, Philipp Wir gehen mal, erstmal zum Shop gehen, wir haben genug Kohle Das lässt die gute Runde so gut weiterführen Kauf und schmeiß gleich Verbündete Ausrüstungslieferung unterwegs Verbündete Ausrüstungslieferung unterwegs Heli Geht ins Gebäude Heli ist abgedreht Feindlicher Heli Das hängt euch dabei, nur seit Info Ich auch nicht Ist gelootet? Ja, da war ich drin So Ich glaub ja, weil ich jetzt Action hatte, weil ich einfach wusste nicht, wo du hin bist, wo nicht, ne? Ich muss aber reingehen Wo muss ich jetzt mal irgendwo in einen Ausfall wunkern erstmal? Hier drinnen? Ich hab aber gelootet Neue Position Die Markierungen sind die Gegner Die Heli über uns Heli geht hier wahrscheinlich kurschen Ziel, leichter fahren Feindliche Drohne über uns Ich will jetzt wissen, dass wir hier sind Heli ist leer Hier ist ein Scharfschützengewehr Ich muss mir mal was Ich brauche Luftnahunterstützung für dieses Ziel Hier ist Streiker 3-1, alles klar Luftschlag im Anflug Die ist ungenootet Die ist ungenootet Oh, ich hab jemanden geköt, nice Da bewegt sich was Wegpunkt markiert, Bewegung Hier ist ein Scharfschützengewehr Hier ist ein Scharfschützengewehr Hier ist ein Scharfschützengewehr Da ist ein Scharfschützengewehr Die ist von da Granate ist raus Das ist das Gebäude Das Gas weitet sich aus Sicherheitszone verlegt Auto kommt ins Gebäude rein sind Platten, sind Waffen, alles in den Keller, unten die ist ausgestiegen, komm bitte hoch hinter mir, hinter mir, hinter mir, hinter mir ich kann mir grad nicht helfen hinter mir, hinter mir ich kann mir grad nicht helfen gerade oder von zwei Seiten ja, von hinter mir ja da sind wir von zwei Seiten ja, ja das ist schon krass was er für mich ist? hör zu Soldat wenn du hier gewinnst gehts wieder an die Front aber wenn du verlierst schalte sie aus oder nimm das Ziel ein dann ja warum bist du zuerst dran? werfen Granate du bist übel zugerichtet für dich gehts zurück zur Waffen es ist noch nicht vorbei das ging kann ich freikaufen so krieg ich meinen Loot vielleicht noch evtl keine Ahnung kommentar wer hat mir denn da geschrieben? ach der Fausti hallo Fausti evaded mich mit zwei Leute danke Fausti kaputt junger, mit dem Maxelkin kaputt zerab fort danke Jungs übrigens nur mal so für euch ne Foxy ist echt schlecht in COD ich verkackte ihn nur mit ihm ich weiß noch meinen Loot ob du meinen Loot noch findest ich weiß noch meinen Loot ob du meinen Loot noch findest einfach was hier piept ne und falls du wissen willst wo mein Loot ist ihr müsst so ne 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 neue Position das ist überhaupt so eine Moot die die kenne ich gar nicht noch nie gesehen auf der linken Seite an der Mauer ist noch mein Loot ne kannst du dir da auch noch holen ne lass mich ruhig hier bitte lass mich bitte ne 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 Welche drinnen? Feinst du? Jetzt habe ich da gerade Schritte gehört, ja. Es wird nur sein, dass das Gebäude weiter gerammt sind. Und? Auf dem Tod. Ja. du bist bewusst du hast du hast einen weiten Weg von allen was hab ich du hast einen extrem weiten Weg du musst da hinlaufen du bist jetzt in der Zone das heißt du hast einen kleinen Weg vor dir ja ich geb die Zone mit im Moment oh 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 Das war's. Oh ja, so ist das. Ich bin so groß, ich bin so großartig, aber ich bin so großartig. So, wir sind überhaupt jetzt eigentlich nur im Chat da, einmal guten Tag sagen. Nicht du, der Chat, der im Chat noch ist, nur gehen, der muss noch da sein, einmal schreiben, hallo, 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 festtest, 1, 2, 1, 2, festtest. Okay. 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 Hey, ohne Scheiß, ne, mit dem Namen kann man so viel geiles Sachen machen, die ich nicht überlege, zu ändern. Ich glaube, das ist echt... Wow, wow, sehr guter. Wow, ein kleiner Headshot würde ich sagen. Ah, lol, das ist der Typ, der hier gekehrt hat? Ah, so Philipp. Eine Runde würde ich noch machen. Wer ist denn davon? Oder hast du generell keinen Bock mehr? Mehr kommt auch nicht. Also bist du schon wieder komplett getätet? Was ist da los? Ja, das ist ein Pärchen, was wir da gekriegt haben. Also müsste ein Pärchen sein. Weil, soviel wie ich weiß, habe ich da letztes Pärchen angeschrieben. Ja, dann pass mal auf, dann machen wir folgendes. Ich beende jetzt den Stream. Dann gehen wir mal noch ein bisschen rüber zu den anderen. Die Partei. So, in dem Sinne, Jungs, äh, ich blende jetzt den Stream an den einen Zuschauer, dass man nicht selber. Würde ich dir noch einen schönen Abend. Lass dich nicht ärgern und bleib gesund. So, was haben wir denn alles hier online? Äh, ist denn überhaupt alles online? Mal gucken, was wir da wählen können an Freunden. Können wir bis gleich. So, ja, gar keiner online. Oder wie, oder wie, oder warum, oder was? Eine Partyführer. Ja. Na, dann mache ich mal aus. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Und, ja, wie gesagt. Bye, bye.